ja, sorry, dass ich mal zu mir lügge. Das ist noch ein bisschen blöd. Also da hätte Nvidia aber auch eine bessere Lösung machen können, anstatt nur 10 Minuten. Schieß mich nicht ab, Super Styler! Anstatt, dass man mal hier... Na ja, toll. Hi, toll, dass du auf Elba Dee spielst. Von... Warfor Phoenix. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich noch schon lange auf Elba Dee spielen werde. SMS an... Ach, komm, sorry, ich antworte jetzt nicht immer. Falls das Video hier mal siehst, sorry, dass ich nicht geantwortet habe. Irgendwie ist das mir gerade ein bisschen zu blöd, hier jedem zu antworten. Tyron zündet sich eine Zigarette an. Warte mal, kann ich das nicht irgendwie auch mal machen? Rauchzick! Und ja, ich habe auch eine Zigarette angezündet, die ich natürlich hier unten in der Hand halte. Was ja auch sehr spektakulär schön ist. Da freuen wir uns doch alle drüber und... Alter, das ist so blöd, dass ich jemals zum Menü gehen muss. Ich würde ja gerne bei dem Letztest, was ich aufnehmen möchte, auch hier mit Dings aufnehmen, mit Shadowplay. Aber ich habe Angst, dass das wieder nicht aufnimmt. Naja, komm, ich werde jetzt auch davon zu reden. Ich achte jetzt einfach drauf, dass das ordentlich aufnimmt. Oh, Super Styler, was machst du denn da gerade? Ich habe meine Rösch. Achso, ich habe meine... was weiß ich was. Fuck, hab Standbilder... Brand? Ja. Inzwischen auf... Ja, die ganze Zeit fehlen... Fehlen aber bestimmt fünf Minuten, weil Shadowplay nicht aufgenommen hat. Ja, die ganze Zeit fehlen aber bestimmt fünf Minuten, weil Shadowplay nicht aufgenommen hat. Ja, ich muss aber ins Menü gehen, das ist jetzt ein bisschen blöd. NVIDIA, bitte bessere das nach, dass man nicht nur zehn Minuten, sondern länger aufnehmen kann. Wie bei Fraps. Naja, komm, ist jetzt... ihr bringt mich bestimmt nicht um, weil da jetzt eine ganze Zeit lang nur meine Stimme zu hören war und ein Schwarzbild oder was, was ich für ein Bild war. Einmal sage ich nur, tut mir leid und jetzt ist es gut so. Also, gönn mal eine Zigarette. Ja, ich rauche auch gerade eine Zigarette. Natürlich halte ich nur wieder unten in die... in die Luft rein. Toll. Gönn mal Zigarette. Ja, sorry, dass gerade nicht viel passiert, aber muss ja auch mal sagen. Hier so ein bisschen gucken. Jetzt habt ihr den epischsten... den epischsten... epischsten Kampf verpasst. Denn... Shadowplay hat nicht aufgenommen. Ich freue mich. Gerade mal so eine irre Szene, die er nicht aufgenommen hat. Hey, okay, the fuck, man. Okay, the fuck, man. Was? FBI-Agent Mars hat dem Verbrecher Schröffel eingesperrt. Yo. Ich gucke mal ganz kurz, ich starte mal eben... Ich gehe mal eben zu einer Stoppuhr-App hin, damit ich das sehe, wenn ich wieder gleich aufnehme. Also, wenn ich gleich wieder die neue Aufnahme starten muss. Mache ich nochmal eben ganz kurz aus Sicherheit, damit ich dann auch daran denke, dass ich die Stoppuhr mitlaufen lasse und dann auch sehe, wann... dass ich dann nicht mal ins Menü gehen muss und damit das dann auch für euch besser ist. Das noch nimmt er auf, das ist perfekt. Und ich... komm, ich laufe hier einfach mal so ein bisschen rum. Ich schaue mir das hier mal so ein bisschen an, das Gelände, würde ich mal sagen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Warum blinkt das eigentlich auf der Karte? Ach, guck mal. Hi, Johnny Walker, der mir hinterherläuft und... Ja, ich muss nur... Das ist nur diese... Zeig gerade, dass ich hier mal nachgucken muss immer wieder, ob der noch aufnimmt. So, äh... Ja. Ach, guck mal. Ich laufe mich alle hinterher. Man, ich will da nicht runterspringen. Ich gucke mir das nur an. Und was haben wir denn hier? Erinnert mich so ein bisschen an den Bauernjob. Willst du 40 Minuten aufnehmen? Mal gucken. Hab nicht so viel Speicher. Und meine neue Aufnahmemethode... ...hört nach allen 10 Minuten unbemerkt auf. Mal gucken. Hab nicht so viel Speicher. Und meine Aufnahmemethode... ...hört nach allen 10 Minuten unbemerkt auf. Auf. Fiel da noch. Ja, ach, guck mal. Ach, guck mal. Da hinten geht's, glaube ich, auch irgendwo zum Bauernhof. Und ja. Nicht super, Steiner. Ja, noch nimmt er auf. Alter, das ist jetzt aber auch nur wirklich in diesem Video so, dass ich da immer nachgucken muss. Ich werde das nicht immer so oft danach gucken. Ich brauche einen Giant, Mann. Ich brauche einen Giant, Bitch. Oder was hat er gerade gesagt? Kriegst einen Giant. Oh, Mann. So. Yo. Soll ich mich mal... Warte mal, ich mach mal ganz kurz. Ich leg mich mal ganz frech hin. Ne. Ich mach mal Dance 3. Wow, ich dance hier. Wie geil, Alter. Ich tanze hier rum, ne? Ich tanze hier rum und... Ja. Komm, jetzt. Tanzt alle mit. Tanzt alle mit. Ich glaub, die halten mich jetzt alle für blöd. Piep, piep. Papagei. Papagei? Ach, der hat einen... Tyron hat einen Papagei. Ach, wie geil. Ach, wie geil. Ja, das nimmt er aber auch auf gut. Komm, Steiner. Auch mit. Wie geht das? Dance. Dance Nummer... Äh, Dance 3. So, hab ich jetzt gemacht. Tanz mit, tanz mit. Tanze mit, tanz mit. Komm, Brand. Okay. Ach, wie geil, wie geil, wie geil, wie geil. Ach, wie geil, wie geil. So, dann komm ich mal mit. Gut, er nimmt noch auf. Ja, tut mir leid, dass ich da jetzt ewig nachgucke, ob der noch aufnimmt, aber... Ich mach das hier grad zum, einer der ersten Male, dass ich Shadowplay benutze anstatt Fraps. Naja. Aber läuft doch schon viel geiler, find ich. Findet ihr es jetzt eigentlich auch, dass das jetzt, äh, flüssiger läuft und die Quali vielleicht auch besser ist? Schreibt's bitte mal in die Kommentare. Papa, geil, piep, piep. Alter, was ist das eigentlich? Kennt ihr eigentlich das Gefühl, wenn man, was? Was? Sag doch, dass das hier ist. Hä? Dass die hier sind. Kennt ihr eigentlich das Gefühl, wenn man in Real Life im... In der Nähe vom Herz einfach mal so blöde Stechen hat? Ich weiß nicht, nennt man das nicht. Wie nennt man das noch? Jetzt weiß ich den Begriff nicht mehr. Na toll. Wie peinlich ist das denn jetzt? Es gibt doch da so einen Begriff. Da ist Seiten... Ne, nicht Seitenstich. Seitenstich. Ich hab auch einen Stich. Ne, irgendwie so nennt man das und, äh, ja. Das hab ich jetzt schon die ganze Zeit und immer wenn ich mich ein bisschen bewege, fühlt sich das an, als wenn ich gleich sterben würde. Ohne Witz jetzt. Naja, komm, ich will's hier nicht von meinen Leiden erzählen. Und hier wird getanzt. Ich mach mal... Was gibt's denn noch, äh, help. Und dann mach ich mal eben ganz kurz Serverbefehle. Serverbefehle. Server, 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 Server. So, normale Serverbefehle. Dann mach ich mal... Toll. Dann mach ich mal help. Dann mach ich mal, dann mach ich mal weitere Befehle. Ist ja auch egal. Dann mach ich jetzt einfach mal... Was war das denn? Du wurdest von einem Admin gespawnt. Hä? Willst du mich verarschen? Alter, was soll das denn? Ja, das ist auch ein Grund, wieso ich von LWD jetzt langsam, glaube ich, echt weggehe. Jetzt spawnen mich einfach die Admins einfach mal aus dem Haus raus. Was soll das denn? Was soll das denn? Alter, ich kann grad so ausrasten. Warum wurde ich in mein Haus gespawnt? Ohne Witz, ich... Äh, das geht jetzt aber gar nicht. Was tut mir an alle leid, die SMS geschrieben haben. Ich konnte nicht alle lesen, da ich immer... Hm, was? Wurde von Admin gespawnt? Ich auch. Ja, weiß ich nicht, was das soll. Gut, nimm doch auf. Alter. Was? Doof, ja. Admin... ...hat sich zu mir gespawnt. Hallöle, hi. Okay, warum wurde ich grad... Achso, sorry, war ein Fehler. Okay, alles klar. Noch ne Frage. Äh, wie kann ich meinen Bank-Pin ändern? Nee, Licht an. Dich, Superstar. Ah, der hat schon aufgelegt, gut. Trotzdem bitte zukünftig aus... Gang-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge... Was? Aus Gang-Fight-Gebieten fernbleiben. King-Ge-Ge-Gebiet ruft mich an. Och, nun schreib doch abnehmen richtig. Jetzt steht hier dreimal, ich geh in mein Handy. Geh in die Zentralpark. War ich schon? Ach, Moment. Doch, nimm noch auf. Jetzt nimmt er doch länger auf, oder was? Dann kannst du via Bank dein... Ah, okay, danke. Dann... Ja gut, dann geh ich mal dahin. Kommst du wieder Gang-Fight vom... Ich darf ja nicht Gang-Fight. Alles klar, viel Spaß. Danke. Äh... Nee. Muss meinen... PIN... Achso, das ist ja eine SMS. Nimmst du auf? Ja. SMS an. 156, 169, 179. 156, 179, 179. Äh... Moment. So geht das jetzt? Ah, jetzt hab ich die Nummer falsch geschrieben. Ah, scheiße. Ich sag jetzt nicht immer scheiße mehr. Das... Gewöhne ich mir jetzt so langsam ab. Äh... Alter. Kann ich nicht mit ins LP rein? Ja, komm zur... Zum... Zur... Zentralbank. Äh... Styler, kannst du mich zur Zentralbank fahren? Abnehmen? Jetzt nimmt er auch noch die ganze Zeit auf. Ich verstehe das langsam nicht mehr mit diesem Programm. Naja. Der Dampf hier. Superstarle, bitte antworte. Weil in meinem Fagio ist kein Dings mehr drin. Was? Dann komm ich mit dem Sport. Okay. Relog. Äh, das Problem ist ja... Don't lange. Okay, wir gehen. Äh, das Problem ist ja... In dem Fagio ist kein Benzin mehr drin. Ich mach mal ganz kurz Kaki. Fagio. Karloch. Und mach das Radio Maus. Und wie ihr seht, Tank 0 Liter. Leider. Aber wieso soll ich mich von... Jetzt mal ernsthaft. Wieso soll ich mich von Gangfights fernhalten? Ich mach das nicht. Wenn ich hier doch nochmal öfters onkomme... Und ich sag noch einmal, dass das letzte... Das ist nur in diesem Video so... Oder nur in dieser Aufnahme so... Dass ich hier immer ständig nachgucke, ob der noch aufnimmt. Das werde ich später nicht mehr so oft machen. Noch ein paar Mal. Und ja, aber ich verstehe es nicht. Was ist... Wenn ich hier doch nochmal öfters drauf spiele... Ich... Boah, ich werde mich doch nicht über der Gefährne halten. Ich verstehe das nicht. Was soll denn das? Das ist eine Position, wo man frei hin kann. Auf dem Server. Was ist daran verboten? Klingelbio, vielleicht holt der mich auch ab. Hallo? Ja? Kannst mich bitte abholen... Und zur Zentralbank bringen? Ich komme nicht, ich muss da hin. Alter, das nervt aber bestimmt schon, wenn ich die ganze Zeit so ein Video mache. Tut mir leid. Ist ja nur Strandhaus. So. Ja, dann, äh, Payday in 60 von 60. Das heißt, wir haben gleich Payday und das Problem ist... Ah, warte mal ganz kurz. Lotto 64. Das Problem ist... Ah, ich habe bereits ein Lotto-Ticket. Das Problem ist... Dass es ein Problem gibt und zwar... Dass es ein Problem gibt und zwar... Dass es ein Problem gibt und zwar... Dass es ein Problem gibt... Ne. Und zwar ist das Problem... Dass wir gerade nicht arbeiten wollen. Also. So. Ich komme. Okay. Ja, also das Programm will mich doch echt verarschen. Jetzt nimmt er fast 20 Minuten schon auf. Bei der LS-Zentralbank von Sotory. Was? Bin bei der... Sms 469... Ne. 464... 9... 3... 1... 6... 1... Komme auch gleich. Sms an. 1... 5... 6... 1... 6... 9... 7... 9... Oh. Mein Beileid. Ah. Hi. Kinge B. Hi. Hallo. Tür bitte aufmachen. Danke. Danke. Alter, wie ich hier rede. So. User Track Player. Nein. Bitte. Radio aus. Geh mal. Bitte. Bitte. Mach Radio aus. Bitte. Mach Radio aus. Hallo. Mach Radio aus, bevor das hier losgeht. Schnell. Danke. Danke. Bitte Radio aus. Geh mal. Alter, ich verstehe das nicht. Jetzt nimmt er die ganze Zeit... Oh. Äh. Jetzt fahre ich schon mit Kinge B. Mit. Ach. Hi. Super. Super. Steiler. Äh. Ja. Jetzt wird das wahrscheinlich nicht mehr. Also das Programm will mich aber echt veräppeln. Veräpfeln. Jetzt nimmt das wieder. Jetzt nimmt das länger auf als eben. Ich verstehe das nicht. Na ja. Ist ja noch in der Beta-Phase. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch, dass ich hier im Moment gerade so übertrieben oft mal nachgucke, ob das Programm noch aufnimmt. Ihr seht da sowieso nicht, ob das noch aufnimmt. Ich hab da so einen kleinen Punkt, der dann leuchtet. Der das noch aufnimmt. Wenn der Punkt weg ist, nimmt er nichts auf. Den seht ihr aber eh nicht. Ich hoffe, das ist nicht schlimm für euch, dass ich da die ganze Zeit nachgucke. Ist ja auch ein bisschen nervig. Ach, guck mal, ein NPC. Ach, wie geil. Hi, Super Styler. Oh. Ja. Oh, sexy. Hexen. Hexen. So. Ja. Äh. Huch. Hup. Der hat irgendjemand gehubt. So. King Gb schießt da gerade mal rum und ich sollte mal in mein Speicherplatz. Das ist auch fast voll. Äh. Okay. Oh nein. Die Bullen. Liebe Polizei, falls ihr da hier mal das Video seht. Ich sage die Bullen nur, weil es hier um GTA geht. Im Wegeleib würde ich natürlich sagen, hallo Polizei und nicht die Bullen. Aber ihr kennt ja sicherlich auch GTA und ihr zockt das doch auch die ganze Zeit. Ihr zockt bestimmt schon GTA 5 immer durch. Liebe Polizisten hier unter euch. Guckt eh keiner zu, aber. So. So, dann bin ich. Was war das denn gerade? So, dann. Äh. T-Heights. Äh. Ach guck mal, hi Sotori. Äh. Und Superstyle. Ach, wie geil. Wo ist denn jetzt hier nochmal der Eingang? Hey. Hi. Äh. Wie komme ich denn jetzt hier nochmal? Ach, hier, ne? Hier durch und dann muss ich hier, muss ich hier drücken und dann muss ich. Was muss ich jetzt nochmal eingeben? Pin oder Bank? Bank? Äh. Du kannst diesen Buffet. Äh. Scheiße. Was muss. Oh, ist eigentlich schon wieder scheiße. Tut mir leid, ich werde nicht immer so oft Scheiße sagen, aber. Was muss ich jetzt? Was muss ich jetzt? Was muss ich jetzt? Bitte nicht mich abschießen. Ach, wo ist denn das jetzt hier? Reloge, äh. 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 Moment, Moment. Äh. Äh. Biabank. Funktioniert irgendwie nicht so ganz. Hey. Äh. Ach. Ich stehe doch nicht so im Weg rum. Was passiert, wenn ich jetzt hier... Hallo YouTube. Jo. Wieso kann ich das nicht... Wieso kann ich Slash Bank nicht ausführen? Oh, oh. Und dann nimmt er nicht mehr auf. So, es geht schon wieder weiter. Scheiße, jetzt habe ich die Dings nicht gestartet. Scheiße. Ich will nicht immer so oft Scheiße sagen. So, ich sage jetzt auch noch einmal, ab jetzt werde ich hoffentlich nicht mehr so oft Scheiße sagen. Achso, hier stehen. Ah. Ah. Danke, danke, weil es ihr das hier seht. Danke, dass ihr... Wie das hier sagt. Geht hier auch nicht. Geht auch nicht. Geht nicht. Ich hoffe, jetzt hat er hier wieder nicht so viel, äh, vergessen aufzunehmen. Naja. Hier. Hä? Wo denn jetzt? Wo ist denn? Ach, da. Ja, da stand ich doch eben auch. Genau davor. Bank. Ah, es geht Bank. Und dann bin ich dran. Bestätige zunächst mit deinem Pin. Hä? Achso, jetzt muss ich einen neuen Pin eingeben, glaube ich. Äh, toll. Was soll das denn? Wieso muss ich meinen alten Pin eingeben, um meinen Pin zu ändern? Was soll das denn? Bank Pin vergessen. Ah. Ah, okay. Gut, gut. Du hast drei Versuche. Mist. Jetzt einmal, einmal sage ich das noch. Scheiße. Ich weiß meinen Sicherheitscode nicht. Den werde ich natürlich auch mal eben ausschwärzen. Jawohl, jawohl. So, mein Pin-Code, den kann jetzt jeder wieder sehen. Endlich. Geändert. ire paralys. Heißt.